hey herzlich willkommen zum neuen youtube video hier auf meinem kanal ich bin wieder back in the house und wieder heißt es raus damit einkaufsvideo ist am start haben wir hier wega krank wieder eingekauft fangen wir an zweimal stehendes Wasser raus damit 25 Cent bis 25 Cent die Flasche zwei Gurken im Angebot 69 Cent raus damit zweimal schwellende Nackensteaks einmal eingelegte Biersoße einmal eingelegte Pfeffersoße raus damit ist sehr teuer 499 einmal Schweineschnitzel 600 Gramm für 3,49 Euro raus damit hier noch ein bisschen was EMA Laubzwiebeln 9,30 Cent raus damit zweimal Müller Milchreis Zimt je 39 Cent raus damit einmal traditioneller Leberkäse 1,29 Euro raus damit und Römerbraten für 1,19 Euro raus damit dann haben wir noch Grand Desert Ehrenmann Pudding und Vanille für 69 Cent der Pudding raus damit einmal Vollkorn Toast 79 Cent raus damit einmal Milchbrötchen für 59 Cent raus damit ein Red Bull Weiß Edition ein Red Bull Weiß Edition für 1 Euro glaube ich 79 Cent raus damit ein Bündel Bananen für 1,19 Euro raus damit einmal Thüringer Leberwurst raus damit für 1,39 Euro dann einmal Rote Gurz Original 49 Cent raus damit einmal Mini Mozzarella 99 Cent raus damit sind die Bälle nochmal Mini Mozzarella raus damit wir Nüsse und dann haben wir noch einmal Schweinebratensoße für 1 Euro und einmal so eine Gewürzmischung für den Krajokensalat für 49 Cent das war mein Einkauf von heute Leute relativ wenig relativ übersichtlich und relativ fein ich zeige es euch nochmal so ist jetzt nicht so viel ich würde mich wie gesagt freuen über einen Daumen nach oben über einen Follower auf meinem Kanal und folgt mir in meinen Streams ab Montag nächste Woche starten wir auf Twitch durch ich würde mich freuen über deine Unterstützung euch einen angenehmen Tag genießt den Männertag feiert nicht so viel trinkt nicht so viel haut drin wir Superman x wir kl auf w wir